Jetzt sind wir hier eigentlich genau in der Mitte. Wollen wir irgendwo hin? Wo wollte er hin? Worauf hat er Lust? Der hat überhaupt nicht geschossen! Möchte bitte das Hauptkopf jetzt richtig. Jeder Knie und seine... 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 Sag mal jemand das Wort. Und das ist jetzt schon das dritte Mal oder so? Ja. Jetzt wird der exekutiert. Ja du musst dich leider echt hinknieren. Wir exekutieren dich jetzt. Vor allem in der Polizeistation hast du auch schon friendly gekillt, Alter. Du musst jetzt leider exekutiert werden, Digga. Ja wir selten, dass du dich. Du darfst das vorher ablegen. Du wirst jetzt exekutiert. Der kommt mit Hände hoch hier runtergelaufen und du knallst den ab. Ja. Passiert er jetzt oder nicht? Ja wir schießen die ganze Zeit Zombies tot! Wir werden untererst. Wir wollen jetzt Blut, Alter. Wir wollen jetzt dein Blut. Wir wollen jetzt... Wir wollen jetzt... Wir wollen jetzt... Oh Jungs, er kommt weg! Ich hab in den Arme geschossen. Ich hab ihn aber auch einmal getroffen mit der Sniper. So geht das nicht. Ich denke, ich hab ihn auch erwischt. Abschalt! Nicht mich! Wenn er hier runter gesprungen ist, ist er locker tot. Ah, lass ihn laufen. Ne, der ist schon tot, denk ich mal. Glaub ich nicht. Den Jump hier hat er nicht überlebt, kann ich dir so sagen. Und der ist hier runter gesprungen. Naja. Wo seid ihr jetzt alle? Ja, wir sind noch hier oben, ne? Wer ist noch oben? Na gut, ist er halt weg. Er ist runtergelaufen, ist beim runterlaufen gestorben. Sicher? Ja, ich hab ihn drüben im anderen TS. Achso, alles klar, okay. Ja, was hab ich gesagt. Na gut, dann ist er halt tot. Sollen wir weiter? Wir haben uns dann irgendwie. Hallo? Soll aber es halt Loot einsammeln? Nee. Mir egal, was wir jetzt hier noch machen. Er jagt uns jetzt. Ist er dann wirklich seinen Loot einsammeln für ihn? Mir egal, was wir machen, aber lass ihn was machen. Das sind Waffen für uns und Money für uns. Ja, äh. Ja, klingt gut. Ja, da hat's wirklich auch recht. Waffen und Munition. Ja, oder sonst. Okay, komm. Ich hab auch keine Ahnung, wo dieser Lootback liegen sollte. Bitte nochmal Abzock? Bitte was meintest du Abzock? Wer hat ihn denn da jetzt eigentlich umgerutscht? Er sich selber. Er hat halt Schaden bekommen durch unsere Schüsse und den Rest hat halt der Fallschaden erledigt. Ist das sein Problem, dass er weggelaufen ist? Ja, Abzock, was meinst du? Sollen wir noch die Muni und sowas einsammeln? Ja, natürlich, klar. Na dann runter da. Okay, er ist wohl doch nicht tot. Seid ihr gerade? Okay, gut. Ich hab auch gedacht, er wäre nicht tot, aber wohl... Wenn der hier runter gesprungen ist... Also da vorne irgendwo... Ah, okay. Der ist ja doch nicht tot, oder? Der schießt. Also irgendwas schießt da unten. Ich hab geschossen, bei dem er zombie war. Achso. Oh, ich werd auch beschossen, der lebt noch. Ey, abends schießt glaub ich grad auf mich. Ne, ne, hier oben schießt keiner, aber. Die Schüsse kommen vom woanders her. Ja, ich seh dich, du bist da mit der Pistole, deinem roten Hemd, ne? Oder ist da Lady? Ne, rotes Hemd bin ich. Grünes Hemd. Ich bin rotes Hemd, ich steh oben. Wo seid denn ihr? Äh, noch ein Stück über dir. Ne, du hättest gar nicht gestorben, oder was? Nein, hab ich doch gesagt. So leicht schierst du nicht durch Fallschaden, ne? Ich bin schon so hohe Dinger runtergesprungen. Du brauchst immer nur kurz irgendwie kurz stoppen. Dann kriegst du kaum Schaden, ne? Ich hab 40 Schaden bekommen von der kleinen E-Tage hier. Ja, aber wenn du da richtig machst, wirst du fast gar nicht. Ich bin mal eigentlich den ganzen Berg, bin ich runtergesprungen. Wenn du so schräg bist. Wer schießt auf mich? Von euch schießt keiner, ne? Wer schießt auf mich? Ne, ne, schießt auch nicht. Irgendwer schießt auf mich. Dann sag mal an, dass ich mit Motorrad hellen rumlaufe. Ich zieh mich abknallen aus. Also neben mir ist gerade ein Schuss eingeschlagen, Bi. Okay. Den. Du siehst ihn? Ja. Wo? Bei mir hier unten. Äh, beim Baum vor mir. Super. Hier sind einige Bäume. Ja, ja, klar. Du siehst mich auch nicht mehr, ne? Ne. Er schießt auf meinen Baum. Wie weit bist du denn dran? Weit, ne? Eigentlich nur den Berg runter, da wo er gestorben ist. Sollte, also sein sollte. Wo er nicht gestorben ist. Du schießt nicht, ne? Naja, er schießt. Wo seid denn ihr? Ich bin auch hier runtergelaufen. Ach, da hinterm Baum, okay. Hier, Abzocker besucht euch schon, ich auch übrigens. Wir sind unten bei den Bäumen. Alles klar. Abzock hier unten! Hast gehört? Wie? Ja. Wir sind unten bei den Bäumen. Wir sind unten bei den Bäumen. Da ist irgendwo ein Schuss eingeschlagen. Nevermind. Wer schießt jetzt? Überhaupt keiner, also ich höre keinen Schuss mehr. Keiner von uns. Dann sollen wir wieder rauflatschen, oder? Weil hier unten verlieren wir uns halt so schnell aus den Augen. Ich hab die jetzt schon wieder aus den Augen verloren. Ja, ich komm zu dir. Wir haben jetzt noch jemanden. Vorsicht, 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 Vorsicht! Ihr lauft genau in ihn rein! Weißer Motorradhelm, wer ist das? Ich bin weißer Motorradhelm, übrigens auch. Ihr lauft in die Richtung, wo Abzocker gerade hin zielt. Hinter euch hinterm Baum! Hinter euch hinterm Baum? Herr Volli, wer ist hinter euch? Wir sind hier mehrere Gruppen aufgeteilt. Ja. Hinter euch! Hinter euch den Berg hoch! Hoch wieder? Okay. M16 Feuer. Oder AR. Ich höre überhaupt nichts. Ich auch nicht. Abzock, bist du das vor mir? Okay. Na, da kommen wir nicht hoch. Na, da hinten kommen wir wahrscheinlich. Ja, okay, dann komm ich weiter hin. In die Richtung. Nice! Hopper, ne? Hätten Störer. Wir holen dir die Zombie weg, ja? Was? Ich weiß auch nicht, Samuel redet nicht mehr mit uns. Ach so, sorry. Ne, ich wollte mit euch reden, aber ich war gerade so gefasst von dem Spektakel, was hier abging. Ja, wir haben den Typ gekillt. Okay. Gut. Noob down. Keiner weiß wo, außer dir und Abzock. Der hat doch gesagt, da haben Baum. Ja, also es war auch super schwer, da irgendwie überhaupt was zu sagen. Ja, ja, das stimmt schon. Weil, ne, jedes Jahr. Räume, überall. Das stimmt. Also. Ja, Jungs, das ist, warum man nicht im Team kennen sollte. Was passiert dann? Und was machen wir jetzt mit dem, der Leute im Team kennt? Ja!